Hi Leute, was geht ab? Hier ist der Calvin und wenn ihr dieses Video seht, dann treffen zwei Möglichkeiten vielleicht ein. Entweder A, ihr seht das Video rechtzeitig und es gibt noch Tickets für mein Event Hollywood on Stage, das ich zusammen mit Gabor in Landau auf die Beine stelle. Oder ihr seht dieses Video zu spät und es gibt keine Tickets mehr. Als ich dieses Video hochgeladen habe, gab es etwa noch 25 Tickets für das Event. Es ist abgefahren, wir haben es vor 10 Tagen ausgeschrieben, haben jetzt schon fast 500 Teilnehmer und mehr geht nicht. Also es gehen ungefähr 550, die können wir noch nehmen, aber wie gesagt, die letzten Plätze sind für Bekannte, Freunde, Verwandte und VIPs. Das heißt, es kann sein, ihr seht dieses Video und das Event ist ausgebucht. Was ihr machen könnt, ihr könnt euch in die Warteliste eintragen, ich habe für 50 Leute eine Warteliste und erfahrungsgemäß sollten auch ein paar Leute absagen, was ich nicht hoffe. Aber bei dem kleinen Preis, bei den weiten Entfernungen, da kann auch mal sein, dass man kurzfristig wieder absagt, dass viele einfach nur ein Ticket gekauft haben, dass sie es erstmal haben. Und dann seid ihr dann doch mit im Boot. Also tragt euch dann auf jeden Fall ein. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es möglich ist, innerhalb von 10 Tagen auf 500 Leute zu kommen. Der Tag, der wird saugeil. Und ja, Dankeschön und wenn ihr das Video noch rechtzeitig seht, geht schnell auf meine Website und holt euch noch ein Ticket. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann. Bis dann.